Hey, ich habe euch heute nochmal eine richtig coole Überschrift. Dafür malt ihr erstmal so eine Wolke als Vorlage mit Bleistift und die füllt ihr jetzt mit großen und kleinen Kringeln. Am besten so abwechslungsreich wie möglich. Dann radiert ihr die Linie weg und könnt das Ganze jetzt noch bunt anmalen. Unten kommen so viele Striche hin, wie ihr Buchstaben machen wollt. Und ich habe das jetzt zum Beispiel für Erdkunde gemacht. So schnell ist eine richtig coole Überschrift fertig.